Herzlich Willkommen an eure Freunde zurück zu Among Us Zusammen mit Conny, Putin, Leon, Lexi X-Totin Der streamt regelmäßig Auf Twitch Regelmäßig, naja Wie auch immer, Leon ist auch dabei und ich Und ich, ich, ich Wieso wartet Conny denn hier schon wieder? So, ich mache hier erstmal Blim, blim, blum, blum, blum Geh weg, geh bitte weg, Leon Oh Gott, es gucken mich alle an, oder was? Es gucken mich alle an So, tschüss Tschüss, ihr Hosen-Scheißer Zack, zack Zack Oh nein, Licht ist aus Wir gehen nach Haus Radimira, oh, da ist jemand tot Hä? Als ob Lexi, hast du den getötet? Ja du Und Lexi Und der Tanker, oder nicht? Es war doch grün Nee, 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 nee oder lexi ich dann lasst doch einfach lasst doch einfach dings raus wurden oder oder einer stand schon oben in admen und hat den getötet ist dann wieder weg gegangen also ich bin ein cafeteria grad ich vertraue lexi ich war bei reactor raum vor allem conny hat schon längst abgestimmt ich will ich will conny voten nicht dabei wenn ich jetzt lex nicht so was macht tobi das ist die frau ich dachte da im flur aber dann ja ich war doch gar nicht bei admin nein ich hab niemals admin erwähnt ja lexi hat admin gesagt nein ich hab gesagt konny hat gesagt dann muss das irgendwer von oben von admin gewesen sein nein es könnte auch einer von admin sein aber er war zu groß du warst trash ja und wenn ich bin das ist nicht mehr abgeben weil ich die größte konkurrenz für dich bin ja dass du mich raus haben abgehoben Tobi du bist keine konkurrenz das gibt es ja auch einfach ja aber jetzt wollte ich nur noch verlieren egal ob es ist oh mein gott warte ich bin dann alleine hier ne das ist eigentlich ganz praktisch ja ich bin gerne hier oben alleine glaube ich ja dann kann ich hier schnell die sachen alle machen dann bin ich gleich direkt wieder weg perfekt einfach 1 2 3 was passiert also tobi oder konny oder was ich mach weiter ich mach weiter ich mach weiter ich mach weiter warte 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 wir standen also ich stand grad komm wieder rein wenn wir auf dem Flotten aufgeschwitten und konny steht dann hin warte 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 du standst auch in admin oder ja ich hab das licht angemacht ich gehe nach oben du läufst mit mir nach oben und dann gehst du auf einmal zurück und ich so ok dann geht es allein das licht aber Und danach waren wir in diesem Ding, wo man da Admin nachgucken kann, wo alle sind, da waren vier Leute auf einer Stelle. Ich fand Tobis Lachen schon überzeugt. Mann, was für ich, ey. Sag mal, hast du irgendwie Arzt auf mich? Einmal? Ja, dreimal. Mann, vor allen Dingen, Tobi ist so lost. Der sieht einfach Lexi nicht, weil wir standen da zu viel, weil Tobi dich nicht gesehen hat und Lungen nicht gesehen hat. Ja, weil du der Killer warst. Ja, ich bin nur ganz kurz rausgegangen, kommt ja rein. Ja, da sind aber Lexi und ich dann an einer Stelle. Nee, Lexi war da nicht. Nein, gar nicht. Jetzt ist Kony, raus mit dem. Bleibt bei mir, meine Freunde. Leon ist als erstes tot. Wenn ich tot bin, ist es Leon. So, wir müssen natürlich jetzt schnell hier laufen. Was muss ich bei der Schildkröte machen? Hey, 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 einmal Leertaste. Leertaste und dann eine Minute warten. Dabei kann ich was anderes machen, oder? Ja. Okay. See you later? Nee. Oh. Tja, Moritz mein Freund. Moritz. Mann, ich hatte schon unten da Kill gedrückt, ja? Und dann war er, dann hat sich Tobi da auf einmal dahin teleportiert. So, belastend. Leon, es ist, ich, ich wollte Leon. Darf ich ihn TS callen, wenn jemand wendet, oder muss ich das ermöglichen? Nein, nein, muss ich das ermöglichen. Möchen Sie. Ja, das war leider Trash. Haha, Conny, nimm! Danke, Conny, für die Aufnahme, ne? Wenn Leon ein Poster ist, hat er keine Chance. Da bin ich die Eifer. Wollte er einzig als erstes Leon töten. Verdeck mir wieder alles, war Conny. Lexi! Putin! Ich glaube, Leon, hinterher. Ja. Ach Gott, geht mir Leon, Sack. Wenn ihr habt. Okay, ich kill dich. Ich kill euch alle. Es ist Leon, wenn ich sterbe. Ja. So, zack. Wenn ich sterbe, es ist Moritz. Okay, gut, und nach Familie. Mann ey, er wollte mich verfolgen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. So, erstmal hier wieder den Müll wegbringen, Leute. Äh, ja. Was gibt's denn zur Zeit zu besprechen? Uni läuft ganz gut. Ja, wie geht diese Aufgabe mit diesen Pflanzen? Gießen. Wir müssen erst die Gießen gerne holen. Äh. Oder was? Ich glaube, ne? Äh, ja, ja. Egal, wenn du pflanzen und das... Achso, ach. Achso, ne. Da musst du einfach nur draufbringen. Ja, ja, ja. Phoebe, es steht hier wie so auch immer. Ich hab zur Zeit jeden Tag bis ungefähr 13 Uhr. Ist ganz praktisch. Muss ich hier überhaupt hin? Ne. Fail. Ich muss hier unten hin. Aber ich glaube, Tim treuelt da. Ganz schön rein. Lexi? Lexi, geh weg. Geh weg. Hä? Der, der war doch hier neben uns. Oben bei den Pflanzen. Oben bei den Pflanzen, wo die Aufgabe war, ja. Lexi, wo, woher bist du... Ne, Lexi war unten. Lexi ist, glaube ich, vom Cafeteria gekommen, oder? Mit Moritz und Lexi, äh, Dings. Ah, ja. Ja. Also, Moritz war bei... Im Atmeraum. Im Atmeraum. Im Atmeraum. Ich auch. Ey, die war offensichtlich auch oben. War da nicht noch jemand? Ne, ne? Ja, Tobi war da. Ich war vor oben. Ja, ich war noch oben. Ja, ich war noch oben. Ich war oben. Ich war oben. Ich war wahrscheinlich oben, ja. Äh, ich war oben und hab da die Blumen ge... Oh, ne, da ist der tot. Ne, ich hab nicht die Blumen gewusst. Ha, ha, ha. Ah, ja. Ah, ja. Ich geb. Äh, Lexi, äh, hast du Tobi rausgehen sehen aus dem Raum noch? Weil... Habt ihr mich grad... Weil... Habt ihr mich grad... Weil dann müsste es eigentlich tatsächlich... Tim gewesen sein. Ja. Weiß nicht. Wer ist es? Warum wäre ich egal? Ich glaub Tim ist es. Weil du mir sehr suspekt bist. Der ist vorbei. Der ist mir auch sehr suspekt. Der ist mir auch sehr suspekt. Der ist vorbei. Was passiert? Äh, zwei, vier, vier, zwei, Eileen. Äh, zwei, vier, vier, zwei, Eileen. Ja, nicht so schön. Du für mich. Ne, noch nicht ab. Oh, ne, ich muss erst das machen. So, danke. So, ihr macht das. Ihr macht das doch schon. Ich mach hier oben. Tatatada. Ach man, ich mag immer morgen aus. So, hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, zehn. Und dann bin ich auch schon wieder fast fertig, ne? Das ist ein bisschen Tim hier hingekommen. Okay. So, ich frag mich ja, wie Tim da hingekommen ist. Ich frag mich wirklich, wie Tim da hingekommen ist. Noah und Simon auf dem PS. Hallo. 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 Da geht grad im Spiel. Ja, ja. 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 Okay. So. Vielleicht das hier noch? Ist Conny tot? Können wir mal drücken. Hi. War das ein Meeting gemacht? Äh, wo war denn Leon? Wer war denn als letztes zu Leon? Das ist mir oben runtergegangen zu diesem, äh, glaube ich so. Ach stimmt. Der hat dieses Notfallding da gemacht. Ja, ich war da auch. Ich war noch Reaktor und hab da meine Auffahrer gemacht. Hä? Ne, du warst bis jetzt grade bei mir. Ja. Dann bin ich weitergelaufen zu Dings. Äh, hat eigentlich jemand, äh, hier, Tim hoch gehen sehen zum Reaktor? Durch die Schleuse? Oder ist er durch der Speck zu uns gekommen? Äh, ja, ich hab jemanden gesehen. Dings. Der Leon. Ja, toll. Das ist ja nicht verdächtig oder so. Okay. Das ist ja immer noch zu des Speckens. Ganz ehrlich. Deine Stimme ist gerade so wie im Imposter-Schwimmen. Äh, Digga. Junge. Wer ist es? Ja. Ja, komm her. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, wo du für mich selbst am besten geht das? Ja. Nein, 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 nein. Ich hab euch Spaß. Ach. Scheiße. Werft es weg. Ich dachte es ist offensichtlich. Ja, ist es auch. Tim was? Danke. Okay. Lexi war's. Okay, weiß ich nicht. War mir von Anfang an klar, dass Tim es ist. Dass ich es bin? Ja, nein. Nee, nee.